Hey, Liegsblechle! Aber sowas dann auch! Punkt 1 die Wolken hochsetzen, Punkt 2 den Funk für alle freimachen bei der Mission. Ich habe keinen Plan, welche Taste ich drücken muss, um zu funken. Einmal Putzlitz schaue ich schnell nach. Kannst du mir vielleicht aufs Mausrad legen? Ja, hast du ein neues Spielzeug, Süße? Ja! Machst du keinen Schlüpper an, oder was? Hey, die Shiva hat einen neuen Knochen, so einen Seilknochen gekriegt, weil ich heute die Fahrtbildung gehalten habe. Und dann Kauknochen dazu auch noch. Weil sie nicht wussten, was wir schenken sollen. Das ist cool, wie man Tiere hat, gell? Ja. Ist halt geil, wenn man so einen krassen, fertigen Hund hat. Shiva, du zerrst mich aus dem Cockpit raus hier. So, wie könnte das heißen? Communications? Ne, das muss irgendwie Send, irgendwas UHF oder VHF Send oder so sein, glaube ich. UHF Radio. So, Boomer, ich bin jetzt bei dir auf 14.000 und versuche gerade mal... Shiva, pscht! Da ist gar nichts eingestellt, das musst du einstellen. Da ist keine Belegung drin. Also, ich flieg jetzt mal zurück zu unserem Kollegen hier und kreis noch ein bisschen über den Plecht. Bringt das irgendwas? Er ist hier nur Mia, ne? Mia heißt Miss in Action. Oder Missing in Action. Wenn er tot wäre, wäre es Kia. Das kann man so einfach machen auf den Punkt, wo er ist. Nein, Jungs, Jungs, er hat vorhin gesagt...